Wenn du quasi irgendwas diskutierst per E-Mail, dann hast du da eine Reihe an E-Mails, die gehen hin und her, manchmal an mehr Leute, manchmal an weniger Leute und die Idee von diesem Trello-System, also reden wir eigentlich vom Kanban-System, was von Trello ganz gut umgesetzt worden ist, dass du dort ein Themengebiet in eine Karte hineinpacken kannst und dann dort alles besammen hast und gerade wenn du jetzt von einem internen Team sprichst, dann macht es das einfach viel leichter, weil jeder weiß, er muss dorthin gehen und dorthin schauen und dann gibt es an diesem einen Punkt alle Informationen zu diesem, was auch immer das dann ist, zu diesem Projekt oder zu diesem Arbeitspaket zu einem Projekt oder was auch immer, dann ist das an einer Stelle und wir müssen uns nicht, puh, wo ist das nochmal gestanden, lass mich nochmal mein E-Mail durchschauen und dann suchst du in deinem E-Mail-Programm nach Absendern und Stichwörtern und weiß man nicht was und dann übersiehst du natürlich die richtige E-Mail, weil die war dann vom anderen und nachdem hast du gerade nicht gesucht. Also man kennt das, ja, also dieses, oh lass mich mal mein Postfach durchsuchen, damit ich die richtige Information zusammenbekomme.